Hallo und Willkommen zurück zu ARK. Wir reiten heute in die Wildnis und machen tolle Dinge mit dabei, Fitzes und Zipst. Hallo! Ich habe schon wieder einen Leveler auf dem Wolf. Wir haben einen technischen Fortschritt, ja wir haben Metallrüstung Leute. Es ist kaum zu glauben 200 Parts und wir haben es endlich geschafft eine Metallrüstung zu haben. Muss man ihn noch schwarz machen, ich hatte jetzt nur... Ist voll okay. Alles raus hat keine Mietezahl. Ich bin Fan davon. Kennt ihr die nicht? Ja, war ein großer ne? Das ist momentan eine richtige Plage. Was bist du denn mit der Nobelkatze? Ich weiß nicht wo er jetzt hingeflummied ist. Ich lauf gerade einfach Richtung Norden. Ihr müsst doch hier irgendwo sein. Du bist einfach weggeflummied und... Wir erzählen ihn gerade noch. Wir schauen ein bisschen beeindruckend. Ich würde mal gerne eine Frage oder zwei Fragen beantworten bezüglich... Community Summer! Richtig. Weil da waren ein, zwei Fragen in den Kommentaren, die ich jetzt bei mir gelesen habe. Das Alter ist uns persönlich scheißegal, ja. Punkt eins ist, es müssen eure Eltern entscheiden, ob ihr das Spiel spielen dürft. Punkt zwei ist, wie bei allen... Solang ihr den Leuten nicht auf den Sack geht, könnt ihr auch acht Jahre alt sein. Ja, das ist... Ich meine... Ich glaube, ein Q-Tip, ein Sips, ein Klim, die haben besseres zu tun, als sich dann um den Kindergarten zu kümmern. Moment, Level Up. Aber wir bekommen die ganze Zeit noch EP wegen Narcos herstellen und so. Richtig. Oh gut. Die ballern da in der Base durch und wir rennen hier lang. Und die nächste Frage, die noch gestellt wurde, die eigentlich recht interessant war, ist ob wir noch eine andere Möglichkeit planen bezüglich dem Zugang zum Server außer dem eigentlichen... Ja, für die Subs. Also wir haben noch eine Idee... Körperliche Gefälligkeiten. Wenn ihr alt genug seid, auch gerne das. Nein, also wir haben noch eine Idee... Jetzt ist Sepp schon wieder weg. Das ist echt der Hammer, ne? Ja, ich bin jetzt aber am Fluss da, also an dem Fluss, wo... Wie gesagt, wir haben noch eine Idee, die wir so im Kopf haben. Da müssen wir aber mal schauen, ob und inwiefern wir das umsetzen. Also sagen wir mal so, momentan ist es Stand jetzt, Stand heute... Zugang ist nur für Subscriber der Streams. Also ihr müsst nicht alle vier, wie gesagt, das haben wir schon mal gesagt. Einen der vier solltet ihr subscribed haben und dann ist das eigentlich alles schick. Zum einen ist das natürlich eine kleine Gefälligkeit für die jeweiligen Streamer, freut er sich drüber. Und zum anderen habt ihr dann Zugang zum Server und könnt euch dann austoben. Aber da denke ich mal, werden wir irgendwann, kurz bevor es da losgeht, auch nochmal ein detailliertes Video zu bringen, zu... Infos, was Einstellungen angeht oder was geplante Einstellungen angeht. Ein Kollege von mir wird noch ein bisschen mit an die Administration gehen, mit dem spiele ich schon sehr sehr lange ARC. Sodass da auch für euch ein Einsprechpartner vorhanden ist direkt. Weil wir werden nicht permanent auf dem Server sein. Ne. Also keiner von uns, ja. Also auch mein Kollege nicht. Nur das, dass jetzt müssen wir dann wissen, so, jo. Alles klar, da ist noch jemand außerhalb von den vier Leuten. Wir müssen hier vorne irgendwo runter, ne? Passte. Ja, der Eingang muss hier unten an der Höhle sein irgendwo. Äh, genau. Hier unten an der Höhle muss hier unten sein, ja. Oh, dann ist das ein Spino. Wollen wir den mal wegspinnen? Natürlich. Wiiiiiii. Erst mal kurz aus Dauerrecken und dann springe ich ihm direkt in die Fresse rein. Also ich bin gerade runter gesprungen. Ja, ich habe mal eben noch ein Level Up. Äh, Level Up, ja. Okay, scheiß drauf. Oh, du Jinder. Oh, lol, der ist schon da. Nein, ich bin auch im Wasser. Ich werde gerade von Piranhas angebissen. Boah. Ist auch im Wasser. Dadurch kommen wir da runter. Also raus. So. Haha. Mal kurz. Machst du den da hin? Ja, ich glaube mal. Mal kurz. Lass ihn halt herkommen. Lass ihn halt herkommen. Bisschen Dreidel. Ich spring jetzt da hin. Was will der Vogel jetzt hier? Weißt du, wenn sie die hacken? Die Zuschauer sind nicht geduldet. Sack. Okay, wo sind wir jetzt? 381 EP gab das eben. Was? Ja, Mann. Toll. Leider nix mehr. Wir sind hier ein bisschen fail, sehe ich gerade. Was meinst du mit ein bisschen fail? Ja, nur ein bisschen. Wir müssen den Fluss wieder rein. Das Stück weit, weil wir jetzt hier rausgelaufen sind. Und dann nochmal. Also du siehst ja einmal die Insel mit dem Loch in der Mitte. Und rechts daneben die Insel. Da muss das oberhalb sein. Was war das? 68? Aha. 68, 56. Also. Richtung Nordosten. Richtung Nordosten. Ja. Kleintik Richtung Nordosten. Stamina. Jawoll. So. Ähm. Warte mal. Ich meine, wir wären richtig, wenn wir eh auf die Flussseite gehen. Was? Hier auf die andere? Nee. Ich glaube der Eingang ist da auf der anderen Seite. Rechts halt. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinterherlaufen soll. Ich muss gerade mal ein bisschen auf dem Map gucken. Wo ich jetzt lang natsch. Ja. Die Richtung doch. Ja. Jetzt kommt hier der Fluss. Da muss man dran vorbei. Wo seid ihr jetzt? Krokodil, Sepp. Krokodil, Schlange. Wuh. Welche Richtung seid ihr jetzt weiter? Toll. Oh fuck, Alter. Stange Nummer 1. Äh, ja. Richtung Nordosten reicht. Stange Nummer 2. Hast du? Gut. Boah. Wir sind am Wasser. Wir sind hier gerade an so einer Dreiecksgabelung. Gedöns. Ah, ah. Ob denn da? Was? Oh. Boah. Ne. Wo muss ich jetzt hin? Ne. An der Dreiecksgabel. Okay, warte dann. Ja, ich weiß wo. Warte. Ich bin noch am Weg. Äh, warte mal. Ja, hier rüber müssen wir dann. Ja, genau. Ähm. Und zwar. Na. Da drüben. In den Wald glaub ich müssen wir rein. Hier. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Weil das. Ich war das letzte Mal bei der Höhle. Da war das ja alles noch kein Sumpf. Da war das alles Wald. Da war das in der Schlucht. Ja, lass mal eben warten. Da ist die Schlange. Ach, da ist er doch. Ja, rechts, rechts, rechts. Wo? Ja, genau da. Hallo, hier. Hä? Ach, da drüben. Okay, ganz klein. Hab euch irgendwie in der Nähe gesucht. Die Bälle. Letztens in Frieden. Okay. Warte mal. Lass mal kurz den hier töten. Bin. Bin Nilo. Ja, aber nicht essen. Warte. 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 Okay, jetzt. Jetzt können wir drauf. Ja. Es ist halt sobald irgendwo eine Leiche liegt, dann kommen die alle dahin. Okay. Und die geben dann auch gut Schettinen. Ja. Oh ja, neun Stück. Lange. Oh. Oh. Level ab. So. Einfach mal schon weggebissen. Da kommt man mit. Boah. Klatsch. Die spring da einfach drüber. Easy. So. So. Wegknot hier. Wegknot hier. Oh. 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 Was ist hier los? Ich glaube ich wurde von irgendwas kleinem gebissen. Ich habe es irgendwie weiter gelaufen. Ach. Da ist die Libelle. Hier sind die Käfer. Er muss hier. Hier am Strand sein. Seid ihr wieder runter? Ne. Wir sind jetzt hier einmal quer durch. Durch den Wald. Okay. Ach da oben. Ja. Ne Strand glaube ich. Ja. Richtung Richtung Nordosten. Ja. Bin ich hier richtig. 70. 47. 68. Das ist ja dann hier. Haben wir kein neues GPS gebaut. Was war die zweite Zahl? 56. Boah ey. Hier sogar mit Nebel im Sumpf ey. Hm. Korpion. Aber pass auf. Hier irgendwo ist das bestimmt an der Wand. Der Eingang. Meinst du? Ja. Sieht aber nicht so aus. Als wir irgendwo eingangen. 68. Das passt. 68. Das passt. 56. Also ich bin jetzt gleich da. Ich bin jetzt bei 68. 50. 56. Laufen wir in die richtige Richtung. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich folge nur. Ich weiß dass ich nichts weiß. Und ich weiß dass der Pinnel. Pinnel da sich nicht bewegt gerade. Wow. Ja doch. Bewegt sich in die richtige Richtung. Da ist ein Frosch. So das muss dann irgendwo hier in der Area sein. In der Area. In der Hood ist es vielleicht da. Ne das ist nur ein Steinhaufen. Area 51. 56 sagst du ne? Ja. Wir sind mit den Narcos durch. Vorne ist Sepp. Ja. Hier fällt ein Baupen. Ja das muss irgendwo hier glaube ich sein. Hm. So wo? 6. Ähm. Vielleicht unter Wasser. Ne ne. Unter Wasser ist der eigentlich nicht. Der ist irgendwo am Rand hier. Schlange. Schlange tot. Wo ist denn die fucking 56? Oh. Große die. Oh. Hier vorne irgendwo. Oder da oben. Oder. Noch ne Schlange. Das ist auch ein Krokodil. Wolltest du das platt machen? Ja natürlich. Alles klar. 50 xp shared. Der kennt nix ey. Der kennt nix ey. So 70 54 bin ich jetzt. Irgendwie bewegt sich mein Pin halt so gar nicht ey. Hab ich so das Gefühl. Boah. Oh. Schön. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Sack ey. Ja. Aua. Was soll das hier tun? Ah. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich glaube hier ist das. Meinst du diesen Weg folgen? Hier ist die Schlucht da. Da waren wir doch schon drin oder nicht? Es gibt zwei. Die sind beide so. Achso. Die sind. Okay. Oh. Alter. Dann. Und ich. Ich meine das. Eieieieiei. Ja. Das muss hier sein. 68 55. Linke Seite irgendwo ist das. Da ist halt der Eingang. Linke Seite. Okay. Warte. Hier ist er. Ach. Da. Ja. Geil. Sag ich so in der Schlucht. Wer ist aus der Schlucht raus? Wo seid ihr? Warte. Wo bist denn du? Ich glaube wir wieder zurück da wo wir reingekommen sind. Standbild. LP. Ach da hast du doch. Hä? Ne. Hier lang. Das ist doch rechts. Standbild LP ist auch wieder dabei. Sagste. Mhm. Mein Wolf kann in der Höhle nicht kreaten. Ah ja. Standbild LP. Bei mir. Ah jetzt. Standbild LP. Boah das ist aber vom allerfeinsten ey. Standbild. Das ist übrigens gerade rein editiert. Das ist ja überhaupt nicht möglich. Dass das Spiel so scheiße. Gekotet ist. Dass es jetzt einfach nur Standbild ist. Während hier so eine Höhle lädt. Ne. Wir kennen das ja. Boah. RTF alter. Pass bitte auf wo du hier rumhüpfst. Wieso? Weil es hier teilweise sehr steil runter geht. Alles klar. Runter vom Wolf. Vielleicht. Ich bin auch der Meinung, wir lassen die dann gleich irgendwo hier stehen. Und auf einmal ist es. Es ist mehr hier ne? Dunkel. So wo seid ihr denn lang? Es geht noch. Ich hab noch Ruckel LP. Okay. Lass die mal. Lass mal die Viecher hier stehen. Na. Also das erste Blutweg ist jetzt vergammelt schon. Die einen nur 20 Minuten. Mhm. So. Ich wär soweit. Was? Ja warte. Der Vogel hier nur. Stark. Na warte. Meinen wir auch mal eben bei mir auf Follow stellen. Hier ist ja gar nichts alter. Was ist hier los? Das kommt nur. Glaub mir. Lass ich den jetzt rumfliegen oder halte ich den auf der Schulter? Ich lass den rumfliegen bei mir. Einfach fliegen lassen. Weil wenn du den auf der Schulter hast und weiß, dann ziehe ich den nicht. Voll dumm. Ah. Hallo. Skorpion. Skorpion. Was? Skorpion? Fängt er an zu singen? Oh. Vogel. Was ist denn mit dir? Oh. Die Viecher sind so gut. Ja ja. Die sind richtig gut. Oh. Das ist die scheiß Jump'n'Run Höhne hier. Oh ne. Oh doch. Hat einer einen Fallschirm? Das wird gleich richtig eklig. So. Vorsichtig hier. Oh ne. Oh doch. Bin ich froh, dass ich meine Performance-Probleme gelöst habe. Da unten sind ein Haufen Fledermäuse. Da müssen wir jetzt pfeifen, die Vögel. Wenn ich das jetzt noch mit Megaruckeln machen müsste. Viel Spaß meine Lieben. Lass die erstmal machen, weil hier bin ich das allererste Mal in Ark gestorben in der Höhle. Oh. Wie die abgehen? Du zerfisst einfach alles. Wir bauen uns mal hier den Weg frei. Am Arsch. Alter. Ja okay. Ich würde auch so weit kommen. Oh oh. Dünne Messel. Schlange. Denkt an die Inventare. Aua ich bin angegriffen. Denkt an die Inventare. Ja ja. Spinne. Ah. Noch eine. Boah ich bin äh getopert. Aufpassen. Ich auch etwas. Die Schlange hat keine Inventare. Wollt ihr ein paar Stimberry? Ja ja. Ist doch egal. Eigentlich. Haben die Inventare die? Ja keine Ahnung. Denkt an die Spinnen und so. Zack kloppen wegen dem Schittin. Ah. Schlangen nicht ne? Ne. Wir haben nur ein Heid ein bisschen. Das haben wir ja. Dann kriegst du halt keine. Dann ruhig euch halt rein wenn er auf dem Boden liegt. Genau. Das ist der Plan. Oh Stimberrys. Die haben ja alle nix hier. Doch warte die hat. Aber da ist nix drin. Boah. Was? Alter. Oh Fledermaus. Oh. Level 68. Fick dich. Wo sie hin? Da. Boah. Was? Ich sag ja das ist so geil. Das sind solche Mörder diese Viecher. Inventare. Ja nichts. Da sind nur Kristalle. Wom haben wir das nicht? Schon viel früher gemacht. Hier lang oder wat? Ich glaube ja. Oh nein. Das ist karrt. Mach mal langsam. Die Vögel kommen sonst nicht nach. Wir jucken die Hoten. Warum ist das auch zu kalt? Was kalt ist? Hat er nach Coco gesehen? Nein. Was ist das? Was guckst du? Ein Hartkopfogel Coco. Was ist denn Coco? Ok da haben wir auch Eiswürfel mit der Rüstung. Achso hinter mir. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Toll. Morgen. Ja ich dreh mich um und der fliegt über mich drüber. Jetzt hängt er da oben fest. Natürlich. Boah. So. Wow. Alter wow. Das ist richtig Party. Alter. Pfeift die Viecher davor. Warte ich hole Coco. Also ich hab ihn jetzt auf der Schulter. Er kommt. Ey wie kalt das einfach ist ne? Ja. Also entweder ist das ein Anzeige bug bei mir. Ja mein Kreuz ist wieder leer. Noll. Oh Spinne. Aua. Boah. Puh. Ja hier. Guck mal da hoch ey. Die machen Party da oben an der Decke. Holy shit. Was guckst du hängt da oben fest? Ja. Was machen die denn da jetzt? Was sich mit Fledermäusen betteln? Okay. Ja ja. Zack fallen die einfach vom Himmel. Kommen wir zurück da hin und fällst. Okay jetzt. Oder raus. Alter. Was? Ich muss jetzt meine HP checken. Permanent weil. Ich muss nur mal kurz HP checken. Weiß es nicht ob wir hier weiter müssen oder? Da. Irgendwo dahinten muss er. Hier ist. Hier ist. Hier ist nicht. Ich drück zurück da geht es dann nochmal einen anderen Abzweig. Muss nochmal runter. Ich glaube hoch und rechts von unten. So wie wir jetzt dann lang laufen. Okay. An Lagerfeuer haben wir jetzt gerade nicht dabei ne? Ne. Nicht dabei. Das ist kein Fleisch mehr oder was? Können wir eh nicht bauen weil wir hier diese Strukturen nicht aktiviert haben. Naja. Hier ist es. Rechts. Ah. Reicht die Fackel? Geht die? Ja aber die bringt nichts. Ne. Ich weiß nicht ob das was bringt wenn ihr auch noch eine anmacht. Ich hab keinen dabei. Ja. Ah. Weg ihr seid der Eiswürfel. Ne bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Jetzt ja. Alter. Ich hab meine Beine gebrochen. Ey. Hilfe mir ist kalt. Ich verliere HP. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Je mehr Blutbeute. Ah. 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 Ich guck extra noch vorsichtig und Sepp. Zip. Ah. Ich hab mir die Beine gebrochen. Alles ist gut. Oh nice. Oh voll. Wie so ein Vollidiot. Ah ist das gut. Ist das gut. Aber irgendwie hat der Blutbeut jetzt nicht so wirklich viel gebracht mehr oder dauert das eine Woche? Er generiert über die Zeit. Ah ok. Das ist eine Infusion. Du trinkst sie nicht einfach. Ist hier kein Zaubertrank. Machen wir dann hier kurz warten bis Sepp dann wieder ein bisschen fit ist. Ja wäre besser. Weil. Weil. Gut dann machen wir hier einfach einen kurzen Cut. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich noch mit einem lebenden Sepp bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.